Liebe Freundinnen und Freunde, das Wochenende begann Freitagabend mit einer Podiumsdiskussion, wo ich auf dem Podium saß in Düsseldorf von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sehr interessant und sehr spannend. Und am Samstag war ich auf der Erdogan-Not-Welcome-Demo in Bielefeld und habe dort gesprochen. Ja, und heute geht hier das gleich wieder los. Die Bürobesprechung gerade beendet und wir haben uns nochmal eingestimmt auf die Themen, die im Bundestag anliegen. Am Mittwoch erstmal die Befragung der Bundesregierung. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich auch einige Fragen an die Regierung kriegte. Fragen habe ich genug. Donnerstag das Thema Pflege, ganz wichtig und im Moment Gegenstand einer Kampagne unserer Partei. Und auch die Frage der Rüstungsproduktion im Ausland am Donnerstag sollte uns alle ebenso berühren und interessieren wie die Altersarmut. Wir werden zu allen Themen uns präsentieren. Wir werden uns positionieren und mein Team und ich, wir freuen uns wieder auf eine arbeitsintensive Woche. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass möglichst viele von Ihnen, von Euch uns folgen werden auf Twitter und auf Facebook.